30 bis 32,5 Kilo, in dieser Gruppe erreichte mit 86 Punkten den sechsten Platz Pascal Fitzgerald. Ein Applaus! Pascal Fitzgerald, braun! Fünfter wurde Dennis Schiwuzzi mit 104 Punkten, das soll man nicht unterschreiben. Vierter in dieser Gruppe wurde Maximilian Spitzbach mit 110 Punkten. Vierter in dieser Gruppe wurde Alexei Paske mit 1 Punkten und 12 Punkten. Vierter in seiner Gruppe wurde Jojana Weichan mit 105 Punkten gekauft. Und mit der unglaublichen Punktzahl von 207 Punkten erreichte in dieser Kurve den ersten Platz 4 Punkten Kraft. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.